Der russische Literatur-Nobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn ist tot. Im vergangenen Jahr hatte der damalige russische Präsident Wladimir Putin ihn mit dem Staatspreis geehrt. 1970 erhielt Solzhenitsyn den Nobelpreis für Literatur. In seinem vier Jahre später erschienenen Buch Archipel Gulag beschrieb er schonungslos die Bedingungen in russischen Arbeitslagern. 1945 war Solzhenitsyn selbst zu acht Jahren Straflager verurteilt worden. Diese Erfahrung prägte seine schriftstellerische Arbeit. Das Buch löste ein weltweites Echo aus. Die sowjetische Führung, die ihn bis dahin geduldet hatte, bürgerte ihn aus. 1994 kehrte der Auto nach Russland zurück. Der Schriftsteller und frühere Dissident starb am Sonntagabend im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Moskau an Herzversagen.